Colorado ist ein Bundesstaat im westlichen bis zentralen Teil der Vereinigten Staaten von Amerika. Als Teil der Mountain States von der Gebirgskette der Rocky Mountains durchzogen, ist Colorado mit einer mittleren Höhe von 2073 Metern der höchstgelegene Bundesstaat der USA. Der Jahrhundertstaat ging 1876, also genau 100 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, aus dem Colorado Territorium hervor, das 1861 auf dem Höhepunkt des Goldrauschs in der Frontrange gegründet worden war. Hauptstadt und wirtschaftliches Zentrum ist Denver, in dessen Großraum mehr als die Hälfte der 5 Millionen Einwohner Calaados lebt. Weitere bedeutende Städte sind Colorado Springs und Fort Collins. Seinen Namen erhielt der Staat vom Colorado River, Der von den früheren spanischen Beherrschern des Gebietes so genannt wurde wegen des rötlichen Schlamms, den er mit sich führt. Geografie Der Bundesstaat Colorado liegt im zentralen bis westlichen Teil der Vereinigten Staaten und wird von insgesamt sieben Staaten umschlossen. Der nördliche Nachbar ist Wyoming. Im Osten stößt Colorado an die Präriestaten Nebraska und Kansas und an der südöstlichen Grenze wird Colorado durch den relativ kleinen Landstreifen des Oklahoma-Panhandels von Texas getrennt. Während im Süden die Grenze zu New Mexico verläuft, hat Colorado mit dem Staat Arizona im Südwesten keinen gemeinsamen Grenzverlauf, sondern trifft lediglich mit seiner südwestlichsten Ecke auf ihn. Zusammen mit New Mexico, Arizona und Utah, dem westlichen Nachbarn, bildet Colorado die sogenannten Vier-Ecken-Staaten. Dieses in den Vereinigten Staaten einzigartige Phänomen wurde an jener Stelle mit einem Monument gekennzeichnet. Neben Wyoming und Utah gehört Colorado zu den drei Staaten der USA, die über praktisch keine natürliche Staatsgrenze verfügen, sondern fast ausschließlich entlang von Längen und Breitengraden festgelegt wurden. Colorado erstreckt sich dabei etwa rechteckig von etwa 37 Grad Nord bis 41 Grad Nord und 102 Grad West bis 109 Grad West. Colorado wird im zentralen und westlichen Teil des Staates von den Bergketten der südlichen Rocky Mountains durchzogen. Von denen das San Juan-Gebirge im Südwesten, die Sabosch-Kette im Zentrum sowie die beiden östlichen Ausläufer der Rocky Mountains, Front sowie Sanger de Cristo Range, zu den bedeutendsten Gebirgen gehören. Die Colorado Rockies umfassen mehr als 50 Gipfel mit mehr als 4000 Höhenmeter, darunter mit dem Mount Elbert den mit 4401 Metern höchsten Berg der gesamten Rocky Mountains und umschließen einige größere Talbecken. Das rund 2800 Quadratkilometer großes Outparkbecken liegt vollständig in Park County und umfasst eine weite Graslandschaft zwischen Front und Mosquito Range. Range, im südlich zentralen Colorado umschließen San Juan-Gebirge und San Grede-Cristor Range das San Luis Valley. Das größte alpine Talbecken der Welt wird selbst nicht mehr zu den Rocky Mountains, sondern zu den überwiegend in Neu-Mexiko gelegenen Mesa und Plains gezählt. Im Westen enden die Rocky Mountains überwiegend noch vor der Staatsgrenze von Utah und gehen in eine bis nach Arizona-Reichende-Hochebene in das sogenannte Colorado-Plateau über. Innerhalb von Colorado zählen hierzu im Südwesten das Gebiet von den Ausläufern des San Juan-Gebirges bis hin zur Neu-Mexikanischen Grenze. Von der südwestlichen Ecke des Staates reicht das Plateau entlang der Utah-Grenze bis zu weiteren Rocky Mountains-Bergketten im Osten und endet in seinem nördlichen Verlauf schließlich an den Winter-Mountains im Nordwesten Calaados. Jenseits dieser Bergkette schließt das südliche Ende des Wyoming-Beckens an, jene Steppenlandschaft, die den gesamten Nachbarstadt Wyoming bis nach Montana durchzieht. Calaados-Anteil beschränkt sich dabei auf den zwischen Uintar und El Cat Mountains gelegenen Teil im Nordwesten sowie das von Park Range, Rabbit Ears Range und Medecinebo Mountains umschlossene North Plattebecken im zentralen Norden Calaados. Östlich der Rocky Mountains beginnen die Great Plains, eine riesige Steppenlandschaft, die das gesamte Zentrum der Vereinigten Staaten durchzieht und innerhalb von Colorado wegen seiner hier noch hohen Lage als High Plains bezeichnet wird. Von den Ausläufern der Rocky Mountains fallen sie von rund 1900 Metern kontinuierlich ab und bilden an Kansas-Grenze, nahe dem Arkansas mit 1.021 Metern den tiefsten Punkt Calaados an der durch das komplette Colorado führenden kontinentalen Wasserscheide haben mit dem Colorado, dem Arkansas sowie dem Rio Grande drei der bedeutendsten nordamerikanischen Flüsse mit jeweils über 2000 Kilometer Länge ihr Quellgebiet. Ferner sind Nord- und South-Platte bedeutend, mit Ausnahme des in den Pazifik abfließenden Colorado entspringen sie alle auf der östlichen Seite. Der Wasser scheide und fließen in Richtung Atlantik ab. Im und um den Rocky Mountain Nationalpark liegen eine Vielzahl der insgesamt 2183 natürlichen Seen Calaados knapp außerhalb der Parkgrenze. Befindet sich der Grand Lake mit einer Wasserfläche von gerade einmal 2,4 Quadratkilometer bereits der größte natürliche See des Bundesstaates. Über einen Kanal ist er mit den beiden größeren Stauseen Shadow Mountain Lair und Lake Granby verbunden, die innerhalb des nationaler Holungsgebietes Arapaho zusammen die großen Seen der Rockies bilden. Größer als der Lake Granby ist innerhalb von Colorado nur noch das Blumesa Reservoir bei Gunnison im zentralen bis südwestlichen Teil des Landes. Auch das John Martin Reservoir im Südosten des Landes ist ein bedeutender Wasserspeicher für die dortige Region. In Colorado gibt es warme, teils heiße Sommer und kalte, schneereiche Winter. Vor allem der Unterschied zwischen Tag und Nacht ist teilweise extrem. So kann es im Sommer trotz hoher Tagestemperaturen nachts empfindlich kalt werden. Die Niederschläge sind auf das ganze Jahr verteilt mit leichtem Übergewicht im Sommer. Wobei die Luft dann mit 50% Luftfeuchtigkeit meist sehr trocken ist. Geschichte Ureinwohner 400 N. CHR Reichten die westlichen Ausläufer der indianischen Fremont-Kultur bis in das östliche Colorado. 1000 Jahre vor der Ankunft der ersten Weißen in Colorado siedelten im heutigen Mesa Verde Nationalpark im äußersten Südwesten des Staates bereits Vertreter der Anasazi-Kultur, die hier beeindruckende Bauten wie etwa den sogenannten Cliff Palace errichteten. In historischer Zeit lebten in der Region vorwiegend Cheyenne und Ute Indianer. Im Südwesten ragte das Einflussgebiet der Navajo nach Colorado, von Südosten auch das der Chio war. Colorado wurde vermutlich Anfang des 17. Jahrhunderts von den Spaniern erstmals erkundet. Umstritten ist, ob der Spanier Francisco Vasquez de Coronado auf seiner Expedition von Mexiko ins heutige Kansas bereits die östlichen Plains des heutigen Calaados streifte und somit erster Europäer auf dem Boden des heutigen Bundesstaates war. In diesem Zusammenhang wird auch Juan de Unate genannt, der um das Jahr 1600 eine Expedition von Neu-Mexiko nach Kansas anführte. Für das spanische Königreich beansprucht wurde der südöstliche Teil des heutigen Colorado jedoch erst im Jahr 1706 durch Juan de Uribarie. Der Gebietsanspruch kollidierte dabei mit den wirtschaftlichen Interessen der Franzosen, wenngleich diese primär die Kolonialisierung am St. Lorenz-Strom vorantrieben. Nach der Niederlage im Franzosen- und Indianerkrieg gegen das britische Abhier musste Frankreich mit Ausnahme von New Orleans jedoch alle Gebiete westlich des Mississippi an Großbritannien abtreten. Das seinerseits als Ausgleich für die Eroberung Florides den Spaniern den zentralen Teil Nordamerikas überließ. Dies sorgte für Spannungen zwischen Spanien und Frankreich, die erst am 1. Oktober 1800 unter dem Druck von Napoleon I. mit dem Frieden von Sanne de Fonso und der damit verbundenen Rückeroberung der zentralamerikanischen Gebiete durch Frankreich endeten. Schon wenig später, im Jahre 1803, fiel das Territorium durch den sogenannten Louisiana Purchase schließlich an die Vereinigten Staaten. Während der westliche Teil des heutigen Calaados die südlichen Rocky Mountains und Teile des Colorado Platos weiterhin unumstrittenes Territorium der Spanier blieb, begannen ab dem Jahr 1806 im Osten die ersten Erkundungen seitens der US-Amerikaner. Eine erste Entsendung amerikanischer Soldaten unter der Leitung von Cebolon-Pique führte in der Pike-Expedition von Fort Bellefontaine an die östlichen Ausläufer der Rocky Mountains, die bis Ende 1806 erreicht wurden. Die Erkundung konzentrierte sich dabei auf das Einzugsgebiet des Arkansas, der, wenn gleich zwischen Frankreich und Spanien bis zum Louisiana Purchase niemals ein offizieller Grenzverlauf vereinbart wurde, von den US-Amerikanern als südliche Grenze zu Neu-Spanien angesehen wurde. Offiziell festgelegt wurde sie erst im Jahre 1819 im sogenannten Adams-Ones-Vertrag, in dem neben dem Arkansas im Süden mit der kontinentalen Wasserscheide auch die westliche Grenze vereinbart wurde. Daraufhin folgte im Jahr 1820 unter der Leitung von Steffen H. Long die zweite großen Expedition, die sich auf den Flussverlauf der South Platte und die Region um das heutige Denver konzentrierte. Obwohl nach Pikes und Longs ersten Erkundungen in den Folgejahren immer mehr Pelztierjäger ins heutige Colorado vorstießen, begann eine größere Ansiedlung erst ab den 1830er Jahren mit der Errichtung von Bens Fort. Der 1833 am Arkansas von William und Charles Bent erbaute Fort wurde am Santa Fe Trail schnell zu einem bedeutenden Handelsplatz zwischen weißer und indigener Bevölkerung. Im San Luis Valley zwischen dem San Juan-Gebirge und der San Gre de Cristo Range ließen sich derweil neu mexikanische Siedler nieder und lebten von der Landwirtschaft. Mit San Luis gründeten sie am 21. Juni 1851 die erste dauerhafte Siedlung im späteren Colorado. Unterdessen begann ab 1850 die politische Gliederung des im Louisiana Purchase erworbenen Landes im Osten sowie die nach dem Krieg mit Mexiko neu hinzugewonnenen Gebiete von den Rocky Mountains bis zur Pazifik-Küste. Das sogenannte Kansas-Nebruske-Gesetz legte den Grenzverlauf zwischen den Territorien Nebraska und Kansas fest. Letzteres ging seinerzeit über die heutige Westgrenze hinaus und nahm den Großteil zwischen South Platte und Arkansas River gelegene Teil der High Plains bis zur Frontrange ein. In den Bergen schloss sich das bereits 1850 gegründete Utah-Territorium an. Während die restlichen Gebiete des heutigen Colorado-Teile Nebraska und Neu-Mexikos waren. Das Colorado-Territorium entstand dagegen erst 1861 mit dem Goldrausch im Pikes Peak Country. Waren die Beziehungen zwischen Weißen und Indianern nach anfänglichen Vorbehalten in der Region der High Plains bis dato überwiegend freundlich. So änderte sich das ab den frühen 1850er Jahren. Als Meldungen über Goldfunde in Kalifornien zu immer größer werdenden Siedlerströmen durch die Great Plains und die Rocky Mountains führten. Als im Juni 1858 auch am Zusammenfluss von South Platte und Cherry Creek erstmals Gold gefunden wurde und Prospektoren am Fluss und in den umliegenden Bergen die ersten größeren Siedlungen gründeten, nahmen die Spannungen zwischen weißer und indigener Bevölkerung zu. In den Bergen wuchs die Anzahl der Minencamps stetig und die Region um Black Hawk, Central City, Nevadaville und Idaho Springs wurde um das Jahr 1860 zu einem Zentrum des Goldrauschs. Das größte Wachstum der seinerzeit noch zu Kansas gehörenden Region verzeichnete jedoch das 1858 gegründete Denver City, das sich zwei Jahre später die Nachbarstadt Auraria einverleibte und nun rund 6000 Einwohner zählte. Die rasch ansteigende Bevölkerungsanzahl trieb Pläne voran, um die Region ein eigenständiges Territorium zu gründen. Dies geschah schließlich am 28. Februar 1861. Als US-Präsident James Buchanan im US-Amerikanischen Kongress ein entsprechendes Gesetz unterschrieb und William Gilpin zum ersten Gouverneur. Er nannte. Das junge Colorado gliederte sich in 17 Bezirke und zählte bei seiner Gründung rund 25.000 Einwohner. Hauptstadt wurde zunächst Colorado City. Bedeutender blieb jedoch das erst 1865 in Denver umbenannte Denver City, wenn gleich die Stadt nach einem Großbrand im Jahr 1863 wieder neu aufgebaut werden musste. In Golden, das Colorado City bereits 1862 als Hauptstadt des Territoriums ablöste, wurde Denver 1867 zur neuen Kapitale Kalaados bestimmt. Obwohl, das stellte sich recht schnell heraus, der Cherry Creek nicht die erhoffte Goldader war, profitierte Denver vom Reichtum der nahegelegenen Städte in der Frontrange. An den Ausläufern der Rocky Mountains festigte die Hauptstadt ihre zentrale Position mit dem konsequenten Ausbau des Schienennetzes Anfang der 1870er Jahre. Erste Meilensteine waren dabei die Anbindung an das Netz der Kansas-Pacific Railway, die 1870 ihr Schienennetz von Kansas City nach Denver ausbaute, sowie der Bau der Denver & Pacific Railroad, die in Cheyenne den Anschluss an die Union Pacific Railroad herstellte. Denvers Anbindung an das südwestliche Colorado folgte 1871 mit dem Bau der Denver & Rio Grande Railway. 1872 wurde durch die Colorado Central Railroad die in die benachbarten Goldgräberstädte Black Hawk und Central City führende Trasse fertiggestellt. 1879 brach in Colorado der Silberboom aus und Lytville sowie Espen wurden in dieser Zeit zu den bedeutendsten Bergbaustätten. Unterstützt wurde deren Entwicklung durch den weiteren Ausbau der Denver & Rio Grande Railway, die ihr Netz in den 1870er Jahren von Pueblo durch die Royal Jorge in Richtung Lytville fortsetzte und die Stadt 1881 schließlich erreichte. Das wirtschaftlich aufstrebende Colorado hatte zu diesem Zeitpunkt längst seine Eigenstaatlichkeit erreicht. Standen bei vielen zunächst noch Bedenken ob höherer Steuern und zu starker Einmischung seitens Washingtons dem Beitrittswunsch entgegen, schloss sich das Colorado Territorium unter Beibehaltung seiner bisherigen Grenzen am 1. August 1876 als 38 Bundesstaat den Vereinigten Staaten an. Die Gründung des Colorado Territoriums im Jahr 1861 und die stark zunehmende Besiedlung am Cherrykrieg war ein Erfurt gegen die Cheyenne und Aropaho, den das Gebiet um das spätere Denver im Vertrag von Fort Laramie zugesprochen worden war. Ihre Umsiedlung in die Flusstäler des Arkansas löste bei den Ureinwohnern Gegenreaktionen aus, die von Postkutschenüberfällen bis hin zur Ermordung vereinzelter Siedler reichten. In einem bis zu diesem Zeitpunkt beispiellosen Vergeltungsangriff drängen Truppen der 3. Colorado-Kavallerie unter Befehlshaber John M. Chey winkten am 29. November 1864 in ein unbefestigtes Indianerdorf ein und ermordeten 133 Männer, Frauen und Kinder. Das grausame Vorgehen des US-Militärs in jenem Sandkrieg-Massaker sensibilisierte die weiße Bevölkerung für die Interessen der Indianer kurzzeitig. Stand aber auch einem friedlichen Miteinander entgegen. Die darauffolgenden kriegerischen Auseinandersetzungen dauerten rund fünf Jahre und endeten nach den Schlachten von Beecher Island und Summit Springs mit der Kapitulation von Cheyenne und Arapaho, die mit einigen anderen Indianerstämmen unlängst eine Allianz gegen die Weißen gebildet hatten. Schon 1867 hatte eine groß angelegte Umsiedlung der Indianer aus Kalahados Plains in Reservate in Oklahoma begonnen, die 1874 als weitestgehend abgeschlossen galt. Die Ute-Indianer, in den Bergen lebend und der US-Regierung bis dato nicht grundsätzlich feindselig gegenüberstehend, sahen sich nach Gold- und Silberfunden ab den 1870er Jahren ebenfalls Repressionen ausgesetzt und wurden 1880 durch Friedensverträge in ein kleines Reservat der Mesa-Region, im Grenzgebiet zu Neu-Mexiko, geschickt. Colorado wurde von der 1893 einsetzenden Wirtschaftskrise stark getroffen. In Denver mussten schlagartig zwölf Banken geschlossen werden, unzählige Geschäfte mussten aufgeben. Ambitionierte Pläne der Eisenbahngesellschaften wurden gestoppt und die Schließung vieler Bergwerke ließ die Arbeitslosigkeit rasant ansteigen. Viele ehemalige Minenstädte verkamen im 20. Jahrhundert zu Geisterstädten. Während besser erschlossene Ortschaften im Tourismus neue Einnahmequellen fanden. Insbesondere Espen, Breckenridge und Vail im Zentralen sowie Telluride im südwestlichen Colorado haben sich zu populären Wintersportorten entwickelt. Mit der Gründung des Rocky Mountain Nationalpark entstand auch im Einzugsgebiet Denver's 1915 die erste große Touristenattraktion. In der Landeshauptstadt selbst begann unter Bürgermeister Robert W. Speer bereits kurz nach der Jahrhundertwende eine systematische Aufwertung des Stadtbilds nach dem Vorbild der City Beautiful Bewegung. Die fast 15 Jahre lang andauernden Verschörungsmaßnahmen dienten nicht zuletzt der Moralisierung jener Denveraner, die in der Landeshauptstadt unter recht erbärmlichen Verhältnissen lebten. 1977 fanden in Steamboat Springs die ersten Special Olympics Winterspiele statt. Am 20. April 1999 drängen in Columbine, einem Vorort von Denver, zwei Schüler schwer bewaffnet in ihre Schule ein und richteten ein Blutbad an. Beim sogenannten Schulmassaker von Littleton töteten sie insgesamt zwölf Mitschüler, einen Lehrer und schließlich sich selbst. Die Nachricht ging um die Welt und löste in den Vereinigten Staaten neue Diskussionen um die zunehmende Gewalt an Schulen aus. Wenige Jahre später, am 27. September 2006, ereignete sich an einer Schule im nahegelegenen Bailey ein weiterer Zwischenfall. Als ein 53-jähriger Mann sechs Mädchen der Platte Canyon High School in seine Gewalt nahm und bei der Stürmung der Schule eines von ihnen erschoss. Im Sommer des Jahres 2002 wurde Colorado vom bisher verheerendsten Waldbrand in der Geschichte des Bundesstaates heimgesucht. Als ein illegales Lagerfeuer im Pike Nationalforst das sogenannte Heimannfeuer auslöste. Der Brand vernichtete rund 55.000 Hektar Waldfläche und näherte sich dem Großraum, denn war derart bedrohlich, dass einzelne Vororte kurzzeitig evakuiert werden mussten. Eine Naturkatastrophe ganz anderer Art ereignete sich schließlich im Dezember 2006, als der Bundesstaat kurz vor den Weihnachtsfeiertagen von einem gewaltigen Blizzard überrascht wurde. Die wichtigsten Interstate Highways mussten zeitweise gesperrt werden und brachten das öffentliche Leben im Großraum Denver zum Erliegen. Einer der schlimmsten Schneestürme der Frontrange-Region forderte in Colorado vier Menschenleben. Bevölkerung Colorado hat laut dem Zensus 2010 5.029.196 Einwohner, davon 81,3% Weiße, 4% Schwarze oder Afroamerikaner, 2,8% Asiatische Amerikaner und 1.1% Indianer, sonstige 7,2%. 20,7% beschreiben sich als Hispanics. Mit einem Bevölkerungswachstum von rund 8,4% von der Volkszählung im April 2000 bis zum Juli 2005 lag Colorado über dem Bundesdurchschnitt. Bis zum Jahr 2030 wird mit mehr als 7 Millionen Einwohnern gerechnet. Eine überdurchschnittlich starke Entwicklung erwartet die Division auf local government dabei insbesondere von den südlich von Denver liegenden Bezirken Douglas und El Paso. Die Bevölkerung von Douglas County hat sich seit der Volkszählung von 1990 mehr als vervierfacht und soll sich bis etwa zum Jahr 2030 auf etwa eine halbe Million Einwohner ausweiten. Das Colorado Springs umgebende El Paso County wird derweil nach den Prognosen der DOLA etwas weniger als eine Million Einwohner erreichen und den bevölkerungsreichsten Bezirk Calaados stellen. Davon ausgehend, dass Denver innerhalb seines Großraums nicht mit Nachbarstädten vereint wird, würde die heutige Landeshauptstadt dann nicht mehr die größte Stadt des Bundesstaates sein. Im Westen werden den im Einzugsbereich der I-70 verlaufenden Bezirken gute Entwicklungen vorausgesagt, insbesondere Garfield und Mesa um die Städte Glenwood Springs und Grand Junction. Im Osten des Landes wird es hingegen keine nennenswerten Veränderungen geben, im südöstlichen Teil, von den nahe dem John-Martin-Reservoir gelegenen Kleinstädten am Arkansas abgesehen, wird sogar mit einem Rückgang der Bevölkerungszahlen gerechnet. Aus dem Zensus 2000 geht hervor, dass die Deutschstämmigen mit 22% die größte Gruppe innerhalb der Bevölkerung Calaados stellen, gefolgt von den mexikanischen Amerikanern und den irisch- und englischstämmigen mit jeweils 12%. Die offizielle Sprache Calaados ist Englisch, die auch von rund 85% der Bevölkerung gesprochen wird. Die statistische Auswertung der Volkszählung aus dem Jahr 2000 ergab, dass insbesondere im teilweise stark mexikanisch geprägten Süden Calaados ein Großteil der Bevölkerung spanisch spricht. Im Bezirk Costilla stellen sie mit einem Anteil von rund 57% sogar die Mehrheit. Aber auch in den Bezirken Alamosa, Conichos, Lacke, Rio Grande und Saguache spricht mindestens ein Viertel der Einwohner im familiären Umfeld Spanisch. Sie ist damit die nach Englisch verbreitetste Sprache Calaados, mit rund 420.000 Sprechern von insgesamt 4 Millionen im Bundesstaat. Weniger als jeweils ein Prozent sprechen darüber hinaus Deutsch oder Französisch. In Colorado sind 65% der Bevölkerung christlich. Davon gehören 44% der Menschen protestantischen Glaubensgemeinschaften an, wovon 23% der Gläubigen zu Evangelikalen und 19% zu Mainleinkirchen gehören. 19% der Bevölkerung sind römisch-katholisch. Die Mitglieder stärksten Religionsgemeinschaften Calaados waren im Jahre 2000 die römisch-katholische Kirche mit 752.505, die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage mit 92.326 und die Southern Baptist Convention mit 85.083 Anhängern. Städte Calaados größte Stadt mit rund 600.000 Einwohnern ist die Landeshauptstadt Denver. Die zugleich wirtschaftliches und kulturelles Zentrum des Staates ist. In Danvers Einzugsgebiet leben rund 2,5 Millionen Menschen, die sich unter anderem auf die weiteren Großstädte Westminster, Arvada, Aurora, Lakewood sowie Centennial verteilen. Auch die restlichen Großstädte des Landes liegen entlang einer nord-südlich verlaufenden Linie entlang der Frontrange, von denen die zweitgrößte, der Luftwaffenstützpunkt Colorado Springs die bedeutendste ist. Im westlichen Teil Calaados liegen mit Ausnahme von Grand Junction nur noch Kleinstädte, von denen Durango, die Gebirgsstädtchen Silberten und Oray sowie der Wintersportort Espen touristische Schlüsselpositionen einnehmen. Kripple-Krieg sowie die beiden benachbarten Städte Blackrock und Central City erfuhren seit der Glücksspiellegalisierung im Jahr 1991 einen wirtschaftlichen Aufschwung. Einen stetigen Niedergang verzeichnen dagegen viele Kleinstädte in den östlichen Plains, wo in den Einzugsgebieten von Arkansas und South Platte River allenfalls Fort Morgan, Stirling, La Junta und Lama eine gewisse Bedeutung haben. Gleichwohl geht auch in diesen Städten die Einwohnerzahl stetig zurück. Liste der Orte in Colorado in Colorado in Colorado